Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 9. Juli 2012. Ja, ich melde mich jetzt mal sozusagen zwischen, weil ich nächste Woche nicht da bin, dann ab Mitte übernächster Woche dieses Tageshoroskop wieder regelmäßiger. Trotzdem wollen wir heute mal einen vertieften Blick wagen in das, was gerade so anliegt oder ansteht. Gut, beginnen wir mit der Sonne. Die Sonne befindet sich weiterhin im Zeichen Krebs, das erste Sommerzeichen, was immer eine gute Zeit ist für vertraute Dinge, für Familie, für Freunde, für das Heim, für das Zuhause. Die Sonne läuft dabei inzwischen schon auf das Quadrat zum Saturn zu, Saturn in der Waage. Wieder direktläufig. Dieses Sonne-Saturn-Quadrat wird perfekt am Sonntag, dem 15. Jahrzehnten. Das bedeutet schon, dass es hier darum geht, Dinge zu Ende zu bringen, uns aber auch über die Konsequenzen unserer Handlung bewusst zu werden, unsere Grenzen zu erkennen. Wenn wir innerhalb der gegebenen Grenzen und Beschränkungen tätig werden, können wir bestimmte Dinge zum Erfolg bringen. Sehr interessant ist auch der Lauf des Mars. Mars hier in der Waage, inzwischen auf 3 Grad. Mars wird aus der Waage heraus die Konflikte in den kardinalen Zeichen, die astrologisch das Symbol sind für die großen Krisen, in der wir uns befinden, aktivieren. In den kardinalen Zeichen steht Pluto im Steinbock, Uranus im Wetter. Beide im Quadrat zueinander stören die Ordnung, wollen eine neue Ordnung, aber die alte Ordnung sozusagen arbeitet dagegen an. Hier ist Saturn in der Waage und aktuell eben Sonne im Krebs. Der Mars wird jetzt, dazu muss ich ein bisschen blättern, der Mars wird am 17. Dienstag, dem 17. ist also noch eine Zeit lang hin, läuft aber darauf zu, erst das Quadrat zum Pluto machen, dann am 19. die Opposition zum Uranus und damit in diesen Tagen diese Konflikte aktivieren. Mars in der Waage versucht immer diplomatische Antworten zu finden, was wir auch auf der politischen Bühne sehen können oder auch bei uns im Privaten, stößt aber dann auch auf seine Grenzen. Konkreter. Heute Mittag um 14.14 Uhr wird der Mond, der sich zur Zeit noch im Zeichen Fische befindet, deswegen ist alles vielleicht im Moment noch etwas diffus und gefühlsmäßig und unklar, der wird in den Widder gehen, da wird es einen gewissen Aktivitätsschub geben, der nicht ganz ohne Spannung sein wird, weil der Mond ja dann in den Abendstunden zwischen 8 und 9 in die Opposition zum Mars läuft, da kann es gerade im Kommunikationsbereich zur Auseinandersetzung kommen. Leute, gerade heute erstmal nachdenken, dann reden und handeln. Morgen am Dienstag ist dann der Mond auch im Widder, stößt dann auf den Uranus ganz früh morgens, dann könnte ein sehr hektischer Morgenbeginn sein. Am Donnerstag, dem 12., wechselt Mars in den Stier, es wird alles etwas ruhiger und gesetzter, wir können so ein bisschen die Energien, die etwas Anfangsenergien der Woche ein bisschen verarbeiten. Dann am 13., im Freitag, dem 13., wird Uranus rückläufig, was er dann für mehrere Monate ist, das heißt, die voranbrechenden Energien, die Neues und Innovatives bringen, werden etwas gebremster sein und am Sonntag, dem 15., wird Merkur für circa drei Wochen rückläufig, ab dort etwas vorsichtig mit Verträgen, Unterschriften und wichtigen Entscheidungen. Gut, das so als kleiner Überblick für das, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird. Ich melde mich dann wieder Mitte übernächster Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Hier sprach Norbert Giesow.